Hey Leute, in diesem Video für erstmal wie man einen Rasenroboter Kabelbruch finden und somit natürlich auch den Defekt beim Mähroboter Begrenzungsdraht richtig reparieren kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Deine Ladestation blinkt, der Mähroboter zeigt einen Fehler an oder bleibt beim Mähmitten irgendwo im Rasen stehen und findet einfach nicht mehr zurück zu deiner Ladestation. Dann ist meistens das Problem, dass irgendwo im Garten das Kabel unterbrochen ist und dann müssen wir natürlich erstmal diese Stelle finden. Da ist es übrigens egal, ob das Kabel jetzt oberirdisch verlegt ist bzw. auch unterirdisch und danach müssen wir natürlich das Ganze auch noch richtig reparieren. Zuerst einmal kann ich dir empfehlen, dass du auf jeden Fall das Begrenzungskabel in deinem Garten mal optisch nachgehen solltest. Das befindet sich ja normalerweise immer relativ nahe beim Rand und da können wir eventuell schon irgendwo eine Schadstelle gleich erkennen oder der Hund hat zum Beispiel das Kabel jetzt unterirdisch herausgebuddelt und danach einfach durchgebissen. Wenn du optisch nichts entdecken konntest, würde ich auf jeden Fall mal noch überprüfen, ob es nicht an der Ladestation bzw. an den Klemmen hier unten liegt und hierfür habe ich mir einfach mal ein neues Stück Draht abgeschnitten. Das ist relativ kurz, dann auch schon dementsprechend abisoliert und jetzt geht es mal darum, dass wir unseren alten Draht hier bei der Ladestation rausnehmen. Und wenn wir das Teststück von unserem Begrenzungsdraht in die Klemme hineingeben, können wir auch sofort an der Leuchte erkennen, ob es jetzt eine Klemme bzw. Ladestation gelegen hat. Wenn es bei dir nicht der Fall war, dann liegt relativ sicher ein Kabelbruch im Garten vor und diesen können wir aber super mit so einem kleinen Mittelwellenradio, was meistens auch mit AM gekennzeichnet ist, finden. Denn dieser ist sehr sensibel auf Störfrequenzen wie zum Beispiel unser Begrenzungsdraht. Kurz zur Theorie, zuerst einmal sollten wir uns relativ nah bei unserer Ladestation befinden, wo das Kabel sicher nicht defekt ist und jetzt geht es mal darum, dass wir unser Radio anmachen, auf eine beliebige Frequenz stellen und da ist das Ziel, dass das Rauschen jetzt auf der Seite relativ leicht ist. Und weil wir aber über unseren Begrenzungsdraht drüber gehen, wird das Rauschen auch schon stärker und klimmt dann aber auf der Seite dementsprechend wieder ab. Da muss man einfach mal mit der Frequenz etwas drum probieren. Normalerweise müsste das Radio im ganzen Garten bei unserem Begrenzungsdraht jetzt rauschen, da aber irgendwo ein Kabelbruch vorliegen muss, wird das Rauschen bis zu dieser Stelle hin relativ gut hörbar sein. Und ab da haben wir dann einfach kein Rauschen mehr, obwohl natürlich dahinter ja auch der Begrenzungsdraht sicher verlegt wurde. Für ein besseres Verständnis habe ich hier mal den Garten simuliert, der bedeutet, da ist der Draht entlang gelegt und jetzt geht es mal darum, dass wir auf jeden Fall ungefähr bei der Hälfte, was bei mir auf der gegenüberliegenden Seite von der Ladestation ist, überprüfen sollten, ob wir noch ein Signal haben. Bei mir ist das Rauschen immer gleich stark, weswegen der Kabelbruch irgendwo davor schon liegen muss. Ich halbiere die Strecke also noch einmal ungefähr und überprüfe das Ganze. Und wie du hören kannst, haben wir wieder einen Rauschen, weswegen der Kabelbruch jetzt irgendwo zwischen dieser Stelle und bei der anderen Stelle liegen muss. Ich gehe jetzt also dieses Zwischenstück noch mit meinem Radio ab. Habe bis hierhin auch ein relativ gutes Störsignal und sobald ich aber weitergehe, fällt mein Störsignal weg. Und wir können auch sehen, genau an dieser Stelle ist jetzt mein Kabelbruch, den wir somit auch schon gefunden haben. Während unserer Stelle jetzt unterirdisch würde ich das Ganze einfach vorsichtig mal mit einer kleinen Schaufel aufgraben. Bei mir schaut es natürlich deutlich leichter aus, weswegen ich das Ganze auch schon mit solchen speziellen Fettverbindern einmal wieder reparieren kann. Diese sind übrigens auch wasserdicht, weswegen wir diese auch ohne Probleme in die Erde mit hineingeben könnten. In einem extra Video habe ich gezeigt, wie man das Kabel richtig verlegen kann und auch entsprechende Kabelreserven einbauen kann, weswegen ich jetzt mal meinen Begrenzungsrat einfach etwas hinterherziehen kann und somit natürlich auch beide Enden ganz einfach mit einem Verbinder verbinden kann. Wenn es bei dir nicht funktioniert, das Ganze also einfach zu straff gezogen ist, dann können wir natürlich auch zwei solche Klemmen verwenden und dazwischen einfach nochmal ein kleines Zwischenstück hineingeben. Abisolieren müssen wir übrigens nichts, weswegen ich meine beiden Enden auch schon mal in die Klemme bis auf Anschlag hineingeben kann. Danach mit einer einfachen Wasserpumpenzange noch ordentlich zusammendrücken und die Verbindung ist auch schon richtig hergestellt. Vor einem Stromschlag brauchen wir aufgrund der Geringenspannung übrigens keine Angst zu haben und wenn ich das Ganze mit meinem Radio mal ausprobiere, sehen wir, dass auch der hintere Teil jetzt wieder richtig funktioniert. Falls bei dir die Bruchstelle mit dem Radio nicht zu finden ist, hast du wahrscheinlich das Glückliche losgezogen, dass deine Bruchstelle zwar nicht komplett durch ist, aber trotzdem so beschädigt, dass das Signal von deiner Ladestation einfach nicht mehr richtig aufgenommen wird. Und dann können wir das Ganze eigentlich nur Stück für Stück eingrenzen oder wir lassen aber gleich einen Profi mit den entsprechenden Gerätschaften kommen. Beim Eingrenzen würde ich so vorgehen, dass wir wieder ungefähr die Hälfte von unserem Kabel nehmen, bei mir wieder gegenüber von der Ladestation und einfach einmal unseren Draht jetzt mit einem entsprechenden Seitenschneider durchtrennen. Nun brauchen wir wieder ein provisorisches Zwischenstück, was dieses Mal aber etwas länger sein muss, denn auf der einen Seite muss es zu unserer Ladestation reichen und auf der anderen Seite natürlich zu der Stelle, wo wir das Ganze gerade eben durchtrennt haben. Ich isoliere also ein Drahtende und das Zwischenstück mal auf 11 Millimeter ab und verbinde sie zum Testen mit solchen speziellen Vago-Klemmen. Bei der Station selbst empfehle ich erst einmal meinen Draht, welchen ich jetzt nicht benötige und gebe hier das Zwischenstück hinein und kann danach auch schon schauen, ob meine Leuchte dementsprechend anders leuchtet. Aber bei mir ist das Ganze immer noch rot, weswegen wir natürlich den Defekt weitersuchen müssen. Dank unserem Zwischenstück weiß ich jetzt aber schon, dass der Defekt irgendwo in diesem Bereich von dem Garten liegen muss und auf der anderen Seite sollte normalerweise alles funktionieren. Deswegen schaue ich jetzt mal, dass ich wieder entsprechend die Hälfte nehme und auch hier das Kabel einfach einmal durchzwicke. Auch hier müssen wir wieder auf 11 Millimeter abisolieren und danach gebe ich das Ganze wieder dementsprechend in meine Vago-Klemme mit dem Testkabel hinein. Wie du sehen kannst, leuchtet unsere Ladestation jetzt wieder grün, weswegen wir den Kabelbruch auch schon überbrückt haben. Das bedeutet, dass unser Kabel in diesem Gartenbereich zur Ladestation hin einwandfrei funktioniert und der Kabelbruch irgendwo zwischen dieser durchtrennten Stelle und der anderen durchtrennten Stelle hier liegen muss. Da haben wir jetzt natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze immer weiter einzugrenzen. Doch du darfst auch nicht vergessen, dass wir am Ende alle offenen Stellen wieder mit solchen Fettklemmen verbinden müssen. Deswegen hätten wir auch noch die Möglichkeit, dass wir einfach sagen, wir lassen das kaputte Kabel in unserer Erde drinnen. Wir legen diese Leitung also still und legen eine neue Leitung zwischen diesen zwei offenen Stellen hin. Ich persönlich würde mir solche Verbindungsstellen übrigens im Garten unbedingt irgendwie markieren, da wir natürlich beim nächsten Defekt diese zuerst einmal anschauen sollten. Nicht, dass da doch irgendwie etwas Wasser reingekommen ist. Und somit haben wir jetzt auch schon einen Kabelbruch bei unserem Rasenroboter richtig gefunden und vor allem auch richtig repariert. Wenn du dir für zu Hause übrigens ein Mittelwellenradio, Fettklemmen, Vago-Klemmen oder natürlich auch so einen weiteren Begrenzungsdraht zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.